Tag hier ist euer Robbe-Box-Arton, so ein Spiel. Das nennt sich Need for Speed Rivals und ja. Ich habe jetzt mir immer neue Open Broadcaster Einstellungen angeschaut, was man sich einstellen soll. Wenn man ein Spiel hat mit vielen schnellen Bewegungen. Und ja, jetzt ist das so eingestellt, dass das halt so ist. Dass man halt nicht die Prioritäten hier so auf hoch, sondern auf keine Ahnung. Machen wir hier einen Schnelleinsatz? Weil wir müssen ja drei Events mit dem schwersten Schwierigkeitsgab mit drei Sternen zur Zeit absolvieren. Und das machen wir jetzt hier. Ich hoffe, dass hier die Lobby nicht abkackt und das Spiel nicht zu laut eingestellt ist. Konzentration bitte. In letzter Zeit werde ich von YouTube Netzwerken nur zugebombt, ob ich dort beitreten will. Und dann kann ich überprüfen die Videos wegen Lizenzen und so. Also ich selbst privat habe die Lizenzen für alle Electronic Arts Titel für Rockstar Games Spieletitel und so. Habe ich. Und die wissen das halt nicht. Aber ihr müsstet die informieren mal. Und dass ich die Lizenzen für die meisten Spiele, die ich jetzt zeige, habe. Also für Spiele von Ubisoft. Die habe ich jetzt noch nicht. Aber ja. Fuck right, but Dragon ist ja so ein Spiel von Ubisoft. Aber solange dass man keine Werbung schaltet und kein Geld damit verdient, ist das eigentlich den Spieleherstellern scheiss egal, weil das ist kostenlose Werbung für die. Und ja. Und eigentlich will er auch mit YouTube eh kein Geld verdienen, weil er das ja prinzipiell eh nur als Hobby macht nebenbei. Aber schön wäre es auch so ein paar Euros oder ein paar Franken damit zu verdienen. Weil es ist ja auch eine Zeit, sagen wir jetzt mal, wo irgendwie gezahlt werden könnte. Obwohl er jetzt nur zu Hause auf dem Stuhl sitzt und nur dummes Zeug labert, ist ja auch eine Zeit, wo verschwendet wird sozusagen. Wo auch irgendein Bob etwas zahlen könnte. Das heisst dementsprechend einen kleinen Lohn. So und jetzt haben wir es wieder versaut hier. Irgendwo oder einen Eraser nehmen wir den auch noch mit ins Graub. Also ich bin ja ein Officer in der Nähe. Oh Naugelbund, fuck. Also war er zu fest in die Eyes, ne? Also war er zu fest in die Eyes, ne? So gehen wir jetzt mal zum nächsten Kommandoposten hier. So gehen wir jetzt mal zum nächsten Kommandoposten hier. So. So. Ja, doch, doch, doch. So. Das Gute finde ich an Open Broadcaster ja auch noch, ähm, es braucht weniger CPU Leistung. Als XSplit. Aber bei XSplit finde ich habe ich mehr Freiheiten, aber jetzt nur so zum ein bisschen aufnehmen reicht es, ja. So, äh, mal schauen wir uns, wie viele Freischaltdinge haben. Und nichts noch. Was gibt es eigentlich bei Andakarva für einen wagenfreien Königsecke? Will er mit dem Kack? Karriereübersicht. Level 90 enforceable. Ja, jetzt mit dem Rennen mit drei Sternen, äh, mit drei Dingen, das wäre relativ schwierig teilweise. Mal schauen, ob ich jetzt diese schaffen hier, oder gibt es mal wieder Battlefield, ah, Battlefield muss auch mal wieder rein. Oder SimCity, ne machen wir mal wieder SimCity. An alle, Einheit verfolgt, verdächtigen Code 1054, alle Officers in der Nähe, bitte melden. Fahndungsbeschreibung einer verdächtigen Frau, die vermitteln jetzt die Daten an der Kugel, die 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 Kugel. Die Kugel, die Kugel, die Kugel. Krasse, dass, äh, wenn die auf der Gegend fahrbar sind. Konzentration, Konzentration. Alter, wie der Pferd. Alter, wie der Pferd. Alter, Pferd. Wo ist der jetzt hin, bitte? Keine Ahnung, wo jetzt der lang ist, der Bursche. Ja, ist ja logisch, wenn hier alles scheisse ist. So, das werden wir eh noch schaffen, diese Scheisse. So, das ist ja logisch. So, das ist ja gut, der will intercept. Du... Schwuggele. So, das ist ja... Oh, man. Oh, man. Wo ist er jetzt wieder hin, der Penner? Ja. Zeig mich so auf an dem Spiel, da oben lang ist er. Ja, wie der gescheitert, willst du mich verarschen oder? Das. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder.